Ah, und seht mal dort hinten die Miesmuschelsammler. Ach, wie pittoresk. Niemals würde ich mich an die Schönheit dieser Landschaft gewöhnen. Niemals. Dabei kommen Sie doch jedes Jahr hierher, Oth. Polizei! Sie haben nicht zufällig etwas Ungewöhnliches in der Bucht bemerkt? Ich war selbst letztes Jahr in den Dünen verschwunden. Hier ist es, wo die Person verschwunden ist, Chef. Das ist irgendwie mysteriös. Ich befürchte es. Das darf aber keine Serie werden, ha? Nun wird es ganz nahm ungemütlich. Meine Liebste. Mein Liebste. Hey, haben wir schon etwas gefunden? Was? Ich verstehe gar nichts. Was sagst du? Tau wieder ab. .